Heute sprechen wir über die besten Teppichreiniger. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Teppichreiniger. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 Teleon Maxx 06805 Teppichreiniger Professional Behalten Sie schließlich dieses Cleon Maxx Modell im Auge. Angetrieben wird es von einem 700W Elektromotor. Dieses Gerät kann verwendet werden, um kleinere Flecken von Teppichen oder Vorlegern zu entfernen. Diese Variante ist recht leicht und wiegt nur 6 Kilogramm. Sie können Ihr Haus schnell und effektiv reinigen. Behalten Sie die Turbobürste im Auge, während sie sich dreht. Es verfügt über zwei Borstenreihen, die die Reinigung von Haaren oder Tierhaaren erleichtern. Glatte Bodenbeläge wie Laminat, Linoleum und Parkett hingegen können nicht gereinigt werden. Da diese Bürste während der Reinigung nicht ausgeschaltet werden kann. Nummer 4 Syntrox Germani Waschsauger Sprühsauger Das nächste Modell kommt von der Firma Syntrox aus Deutschland. Dieses Modell hat eine Besonderheit, einen Abwassertank mit 20 Liter Fassungsvermögen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass dieses Gerät industrielle Anwendungen hat. Wir wissen, dass es an unseren Häusern nicht viele Teppiche oder viele Verschmutzungen gibt. Dieser Stil eignet sich für kleine Hostels, Wohnheime und Unternehmen. Sie können für solche Zwecke einkaufen, wenn Sie ein ausreichend großes Haus haben und es schnell reinigen möchten, ohne Wasser zu wechseln. Du hast zum Beispiel viel Wasser abgekippt. Sie sollten es auch schnell schlucken. Es ist kein Problem. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Kircher See 4001 Waschsauger Das Modell See 4001 von Kircher hat die Form eines Zylinders und ist gelb gefärbt. Ein Frischwässer und Schmutzwässertank haben durch diese Konstruktion jeweils ein Fassungsvermögen von 4 Litern. Es gibt viele große Räume zum Reinigen und Waschen. Dieser Teppichreiniger hat einen 1400 W-Elektromutter und eine starke Saugleistung. Durch die Saugkraft trocknet die Oberfläche nach der Nasreinigung bis zu 50% schneller. Darüber hinaus gibt es drei Reinigungsvorgänge, Trockenreinigung, Nasreinigung und Flüssigkeitssammeln. Auf diese Weise können Sie alle Schadstoffe effektiv beseitigen, indem Sie die wesentlichen Arbeitsschritte durchführen. Nummer 2 Bissell 11908 Pover Was ein vertikaler Teppichreiniger wurde von der amerikanischen Firma Bissell entwickelt. Dieses Modell wird mit zwei Poverbürsten mit je fünf Bausten reingeliefert. Starke Verschmutzungen und tiefsitzende Flecken sind bei schneller Rotation der Maschine unwahrscheinlich. Das Wasser sorgt den gesamten Schmutz auf und hinterlässt nach dem Waschen eine leicht feuchte Oberfläche. Die Hauptbitte so misst 30 cm in der Breite. Das sollte ausreichen, um eine breite Fläche schnell und gründlich zu reinigen. Abgesehen davon gibt es an der Seite zusätzliche Bürsten, die einen Teppich in der Nähe von Wänden und Möbeln reinigen können. Wir möchten betonen, dass dieses Gerät neben der Teppichreinigung auch zur Reinigung von Treppen und Polstermöbeln verwendet werden kann. Und die Nummer 1 unserer Liste Thomas Bait & Family Acaplus Staub Einer der besten Staubsauger für Teppiche ist der Thomas Bait & Family Acaplus Staubsauger. Ihnen stehen drei Arbeitsgänge zur Verfügung, mit denen Sie Teppiche nicht nur reinigen, sondern auch chemisch reinigen können. Selbst verschüttete Flüssigkeit von glatten Bodenbelegen wie Teppichen kann von diesem Gerät aufgenommen werden. Dazu sollten Sie nur einen Acaplus Filter verwenden. Sie können auch eine Papiertüte zur schnellen Reinigung verwenden, ohne den Acaplus Filter danach auswaschen zu müssen. Mit diesem Filter müssen Sie sich keine Gedanken über die Schmutzmunger machen, wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung vollständig reinigen möchten. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist das unreine Wasser auszugießen und das Wasser erneut zu schöpfen.